hallo freunde sky youtube sport servus grüß dir und hallo willkommen wieder zurück zum qualifier mit dabei ist der kamilo leute wollen wir jetzt auch mal ausfahren ich warte noch ein bisschen ich habe keinen bock im virus vor mir zu haben in der hofnung dass wir gleich wieder machen ja dass du ein bisschen was wenn ich schlecht nein jetzt habe ich ja und ich habe ein virus ich mache jetzt erst mal auf standart und nicht gleich mit fett fahren gut dass sie bei mir ein bisschen länger gebraucht haben dass ich ausfahren kann nein jetzt habe ich ein red bull vor mir ist das ehrlich habe ich in holländer vor mir weiß ich ja ich habe den holländer vor mir sehr schön dann machen was jetzt ein bisschen langsamer fahren wir mal mit 100 sachen hier um anhalten darf ich ja nicht sonst würde ich ja disqualifizieren hast ja ich glück dass du soweit freie bahn hast ja gewollt ja jetzt jetzt habe ich ja nicht ganz so schnell aber fast so normal auf maxim maximale maxi power umstellen dann wollen wir nicht gleich machen oder fettel ist aber gut unterwegs so ja scheiße nein 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 verdammt jetzt muss ich mir die brille hochschieben und nachher niemals die brille hochschieben daniel niemals niemals du niemals das schon aber nur im geeigneten moment den hast du wahrscheinlich gerade verpennt fack was war das denn war der virus ich auch weggekloppt äh what the wow alter okay dann fahren wir mal weiter ist das ärgerlich meine fresse feierabend ja komm rum jawohl bestzeit wird es natürlich nicht zu früh da hat ich da wieder zu früh oder zu spät in die kurve das was man vorhin angesprochen hat weißt du es geht der sprit aus du musst du den nächsten paar runden an die box kommen du fällst weiter zurück du bist jetzt auf p4 ja p4 naja egal geht noch der wegdreher war nicht so schön jetzt gerade moment die reifen sind noch dreckig ich will einfach zu schnell hierzu habe ich das jetzt stelle die scheißdings reingezimmert ey waaah waaah konnichiwa zada pengen waaah 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 schon mal eine strategie zu recht legen fürs rennen ah scheiße ey ah bleibt mir nichts anderes über so viele optionen gibt es da ja nicht kackt oh mein teamkollege ist aber gerade nicht schlecht unterwegs so eine geile zeit werden können naja waaah ich brauche ich dir private waaah 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 Du bist auf B10 gefallen. Oh. Machst du aber ein Ding nach dem anderen. Meinen sind die gut hier, ey. Ja, das geht eigentlich. Jetzt ist das Sprit leer. Geil. Meinen ist doch kotze, galle, all. Platz 10, Alter. Ist doch Lauch, ey. Boah, diese Schrecke, Alter. Wir können hier so pezen, ey. Ist unglaublich. Oh, es geht alles, du. Ich kriege einen Anfall, ey. Und hier auf dieser Strecke kann man so scheiße überholen. Das wird ja noch lustig. Scheiße. Ja, mei. So, dann wollen wir jetzt mal die Boxengasse fahren. Ich hoffe, ich habe es wenigstens keine Angst, dass es schnell ist. Obwohl doch, 10 kmh ungefähr. Ne, 20. Ja, 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 da, 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 da. Schieb mich mal rein mit dieser scheiß Gurke, da, wo das Benzin nicht reicht, ey. Ah, Mann, ich bin jetzt sauer auf mich selber, das ist immer scheiße. Konzentrier dich aufs Rennen, Anjo, und dann ist gut. Nicht sauer sein auf sich selber, bricht jetzt eh nix. Scheiße Brille, ey. Am nächsten Mal, da kriege ich sie fest. Strecke scheint aber leicht feucht zu sein irgendwie. Wie man sieht, immer so ein bisschen was hochspringen. Drei Minuten noch. Jo. Jo, es fizzelt. Fängt an zu regnen. What the fuck, was ist denn hier los? Die haben doch angesagt, es rechnet nicht. Dann wird ja die Strecke wieder gleich nass. Super. Ja, jetzt geht es richtig los. Jo, jetzt bin ich schon auf dem zwölften Platz runter, also ich bin gar nicht so weit weg von dir. Alter. Oha, jetzt wird es voll. Oha, sie, oha. Wie knapp die sich da, wie knapp die rausfahren. Zwei Wagen von 20, drei. Ja gut, die werden ja erst gezählt, wenn sie raus sind. Ist doch wieder, da ist doch der Wurm drin, ey. Ja, du bist wenigstens noch acht Plätze vor mir, Mensch. Du hast nicht so viele Affen, die du überholen musst. Bis ich vorne bin, dann sind die schon lange weg. Oder ihr schon lange wieder weg. Und da es jetzt anfängt zu regnen, oder zu fizzeln, oder wie auch immer, wird das alles sowieso nicht mehr so geil bei denen. Deswegen. Die müssten nämlich auch schon langsam rutschen mit den Dingern, mit den SS-Reifen. Mit den Super Surf. Zu viel per Woll genommen. Wo war der flach? Super, kuschelig, extra weich. Ja, meine Freunde, ich habe nichts genommen, aber ich muss mir ja gerade gute Laune machen. Sonst, wenn ich das so gucke, das geht gar nicht. Ist jetzt auch bei mir gerade nicht so spannend gewesen. Ja, man sieht schon, die fahren schon alle ein bisschen langsamer aufgrund von dem... Von der Nässe. Los, mein kleiner Teamkollege, zeig mal, was du kannst. Gar nichts, ma. Obwohl der Toro Rosso hier auf dieser Strecke ziemlich gut geht. Vettel ist auch nur Elfter. Klar, jetzt fängt es an zu regnen. Und die haben ihre Zeiten alle gefahren, bevor es regnet. Kimi ist Erster, aber Sebastian nur Elfter. Ne, mein Teamkollege verbessert sich auch nicht. Wie sie alle schon so ein bisschen vom Gas gehen müssen, finde ich lustig. Oh, Bottas hat den Magnussen vor sich, der arme Kerl. Das versaut den Bottas natürlich schön die Zeit. Oh, sitzend. Es ist hier in 3... Ja, 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 ah, endlich. Mal gucken, wie es jetzt ausschaut. Aber man, oh, man. 1,35, Alter. Mann, der Vettel geht aber abgeholt. Wie hat er noch mal eine gute Zeit rausgehauen? Tatsache, Alter. Jetzt schauen wir uns die Blamage mal an. Oh, Ferrari ist hier gar nicht mal so schlecht, du. Und es ist in der Virus. Auf der ersten Seite ist er schon mal nicht. Da ist er 17. Jo, bist du 3 Plätze vor mir, guck an. Krasses Pferd. Naja, Leute, das war wohl ein Satz mit X. Wir sehen uns beim Rennen wieder. Ciao, mit Frau.